Nicht so nah an die Autos. Bleib mal stehen. Hast du gemerkt, der hat gerade nichts mehr, ne? Sehr schön gezeigt. Super. Weil hier hinten offen ist, hat er sich nochmal vergewissert. Weil die Fenster sind ja hier oben offen. Das ist ja nicht zu. Das sind ja nur Gitter. Du lockst halt nur am Auto, ne? Mega macht der das. Da bleibst du einmal stehen. Da kann er mal gucken. Das ist super, ne? Einmal abgecheckt. Sehr cool. Ich bin mir sicher, wenn der Wolfgang mal abhanden kommt, wirklich empfinden wir den. So. Nur immer an den Autos blocken, dass er da nicht so dran kann, ne? Sehr gut. Da hinten wirst du nichts finden. Gut gemerkt. Sehr gut. Also ich würde sagen, wir kommen näher. Denk daran, da oben ist gleich die Straße, ne? Da darf man zwar nur 30 fahren, aber das interessiert ja keinen. Das heißt, du holst vorzeitig an der Straße die Leine ein, ne? Die Leine, nicht den Hund. Genau. Wenn er da jetzt rüber möchte, aber er möchte nochmal einmal hier checken, weil sich da was fängt, ne? Super. Und dann gibst du ihm direkt wieder Leine. Sehr cool. Jetzt fängt's wieder an. Super. Jetzt fängt's wieder an. Jetzt fängt's wieder an. Jetzt fängt's wieder an. Vielen Dank.